Es ist halt auch einfach sehr zukunftsorientiert, finde ich, also weil Klimawandel betrifft uns ja alle und das ist ja auch real und dass man dann eben versucht, das eben so zu untersuchen, dass wir trotzdem noch was zu essen haben, wenn es schlimmer werden sollte mit dem Klimawandel, ist schon eigentlich schön zu wissen, dass man da irgendwie seinen Beitrag leisten kann. Willkommen zurück. Unsere beiden Biochemikerinnen im heutigen Video beschäftigen sich mit dem Grundnachungsmittel der Kartoffeln. Die Kartoffel wurde im 16. Jahrhundert von spanischen Eroberern nach Europa gebracht, aber erst rund 200 Jahre später entdeckte man, dass das gute Essen sich unter der Erde befindet. Und heutzutage ist ja kaum mehr wegzudenken als eines der wichtigsten Grundnachungsmittel. Und damit sie uns so erhalten bleibt, beschäftigen sich die zwei Biochemikerinnen mit ihrer Zukunft. Wir treffen heute im Gewächshaus und Labor Franziska Eidlott und Selina Beck. Nicht nur im Forschungsbereich arbeiten die beiden gemeinsam, sondern teilen sich privat auch noch eine Wohnung. Nachdem sie sowohl ihren Bachelor als auch Master in der FAU gemacht haben, promovieren sie unter der Leitung von Professor Sonnewald im Bereich Biochemie. Also ich meine, das ganz große Ziel ist natürlich eben tolerante Kartoffeln gegen Hitze zu haben. Also das ist so unser Ziel von unserer Arbeitsgruppe sozusagen. Und da schaut sich halt jeder eben so einen kleinen Teil an. Und hoffentlich hat dann jeder so das Puzzleteil. Und wenn man das dann zusammenbringt, dann hat man vielleicht eine gute Lösung. Deswegen eben auch in Bezug auf den Klimawandel. Warum es so wichtig ist, tolerante Kartoffeln zu haben, das lässt sich ganz gut anhand der beiden Graphen zeigen. Hier kann man sehen, dass es im Laufe der Zeit zu einem Temperaturanstieg von etwa 0,8 Grad Celsius in den letzten 60 Jahren kam. Und gleichzeitig sieht man im Diagramm rechts, dass die Anzahl der Weltbevölkerung von circa 3 Milliarden auf 8 innerhalb von 60 Jahren gestiegen ist. Während auf der einen Seite die Anzahl der Menschen immer weiter ansteigt, die Nahrungsmittel benötigen, werden die Wachstumsbedingungen der Pflanzen immer schwieriger, aufgrund des Klimawandels und steigenden Temperaturen. Wir begleiten nun beide in das Gewächshaus im obersten Geschoss des Biologikums, direkt unter dem Dach, und lassen uns die praktische Arbeit an den Kartoffelpflanzen zeigen und einiges dazu erklären. Ich arbeite mit gentechnisch veränderten Pflanzen, also hauptsächlich habe ich eben ein Gen genommen und habe es in manchen Pflanzen ausgeschalten, zum Beispiel in der hier, da ist es dann nicht mehr da. Und das ist zum Beispiel eine ganz normale Pflanze, das nennen wir dann Wildtypen, die sind so wie sie vorkommen. Und zum Beispiel hier sieht man ja schon mal, dass eigentlich im Endeffekt gar kein Unterschied ist. Und dann habe ich aber auch genau das Gleiche gen genommen und davon halt viel mehr in die Pflanze reingebracht. Und ja, die sehen dann so ein bisschen anders aus, ein bisschen gackelig. Damit will ich eben untersuchen, welche Wirkung dieses Gen allgemein auf die Pflanze hat. Und ich gucke mir bei denen eben auch den Ertrag an, das heißt, ich buddel die einfach nach einer gewissen Zeit aus und schaue, wie viele Knollen dran sind, ob die sich vielleicht ein bisschen anders verhalten, als jetzt zum Beispiel bei den normalen Wildtypflanzen. Mit Franzis Thema werden wir uns später noch weiter beschäftigen, aber werden uns jetzt erstmal anschauen, wie Selinas Arbeit im Gewächshaus aussieht. Also ich arbeite im Gegensatz zu Franzi nicht mit gentechnisch veränderten Pflanzen, sondern hauptsächlich, also ausschließlich eigentlich mit Wildtypen, also die eben nicht gentechnisch verändert sind und habe dafür 200 verschiedene Sorten, die ich nach und nach anbaue und untersuche, wie sie auf Hitze, Stress reagieren. Es gibt sensitivere Sorten, die stärker auf Hitze reagieren und andere, die eher tolerant sind, das eben zu untersuchen und dann letztendlich, also ich gucke halt, wie sie sich in Kontrolle verhalten und wie es der Unterschied zu Hitze ist. Und diejenigen, die toleranter sind, sind natürlich interessanter in Hinsicht auf den Klimawandel, weil wir wollen ja gerne weiterhin Kartoffeln essen die nächsten Jahre und in Hinsicht auf den Klimawandel nehmen die Erträge eben stark ab und wir versuchen da unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir tolerantere Sorten züchten können. Und durch diesen Vergleich zwischen sensitiven und toleranten versuchen wir da so Gene zu identifizieren, die man dann in der Züchtung mit einbringen könnte. Selinas Endziel ist es auch, ihre Ergebnisse mit den Landwirten zu teilen, so dass diese wissen können, welche Kartoffelart am ehesten tolerant ist gegen Hitzestress. Hier seht ihr gezeichnet, wie eine Kartoffelpflanze vor Knollenbildung bei Temperaturen zwischen 19 bis 21 Grad Celsius aussieht und sich dann schön große Kartoffelknollen entwickeln. Auf dem dritten Bild könnt ihr hingegen sehen, was mit der Kartoffel bei Temperaturen um 30 Grad passiert. Also das ist die gleiche Sorte, die sind ganz normal, also ich hatte die eingepflanzt und sie sind ganz normal gewachsen und dann hatten wir Hitzestress angefangen. Das heißt, die hier hatte jetzt zwei Wochen Hitzestress und die wurde zwei Wochen hier ganz normal in den normalen Temperaturen angezogen. Und das ist jetzt eine, wo ich sagen würde, die ist schon eher sensitiv, weil man sieht da schon diesen Stress an den Blättern, dass sie so nekrotisch wird. Und genau, da gibt es dann aber auch wieder andere, wie jetzt die hier. Die sieht weniger gestresst aus, obwohl sie auch die gleichen Bedingungen erfahren hat, also auch zwei Wochen in Hitze war und die hier eben ganz normal in normalen Temperaturen. Bisher waren wir im Kontrollgewächshaus bei angenehmen Temperaturen zwischen 19 bis 21 Grad Celsius. Aber nun wollen wir mal sehen, wie es den Kartoffelpflanzen bei Temperaturen von 28 bis 30 Grad Celsius so ergeht. Achtung, warm. Das hier sind jetzt die, das sind die gleichen Sorten, die wir da drüben hatten, nur dass sie eben Hitzestress sind für die letzten, Hitzestress wurden die letzten zwei Wochen. Und man sieht da richtig schön, dass die so ihre Blätter so in die, in die Luft strecken, also so aufrichten, das machen sie, das ist so eine typische Hitzeantwort, was eigentlich alle Kartoffeln machen, aber manche sind da irgendwie empfindlicher als andere. Das sind auch so Unterschiede, die wir sehen und halt auch dokumentieren, um da so ein bisschen mehr Erfahrungswerte zu sammeln, weil bisher das noch nie jemand so gemacht hat, in so einem Ausmaß so viele Sorten zu vergleichen. Und wir versuchen da einfach so viele Parameter wie möglich aufzunehmen. Wie aber nun das Verfahren für die weiteren Forschungen im Labor aussieht, lassen wir uns von Franzi zeigen. Als allererstes in den Zieproben von den Blättern der Kartoffel. Und wir gucken immer, dass wir bei den einzelnen Pflanzen immer ungefähr vom gleichen Blatt nehmen. Also wir fangen dann, keine Ahnung, hier beim obersten an und zählen dann runter bis zum, ja, ich sag mal ungefähr fünften bis siebten Blatt. Und da haben wir dann diese coolen Stanzer hier, wo uns das ein bisschen leichter fällt, dann die Proben zu nehmen. Und nehmen wir mal das Blatt hier. Also ich meine, es ist echt kein Hexenwerk. Dann nimmt man hier einfach so ein paar Blattscheiben. Danach sieht das Blatt dann, ja, ein bisschen durchlöchert aus. Dann kommt es hier für RNA-Proben, verwenden wir immer so Alufolie. Da wird es dann einfach nur eingewickelt. Und kommt dann hier in unseren flüssigen Stickstoff, wo das dann sozusagen Schock gefroren wird. Also das ist dann sofort eingefroren. Eben, dass auch unser Blattmaterial, ja, dass das nicht kaputt geht. Deswegen frieren wir das dann einfach gleich weg. Franzi bereitet für uns im Labor ihre Probe vor. Hierzu benötigt sie einen kleinen Mörser, ihre gestanzte Probe, eine spezielle Lösung zum Aufreinigen der Probe und Eppendorf-Gefäße, um diese später mit der fertigen Lösung zu befüllen. Auch die Schutzbrille nicht vergessen. Man will ja das nicht im Auge haben, weil die Lösung ist jetzt auch nicht so ganz ohne. Man will letztendlich sich die RNA aus diesen Blattproben anschauen. Es gibt aber halt auch eben, ja, Enzyme, die diese RNA aber halt kaputt machen. Und deswegen muss man auch recht vorsichtig arbeiten. Deswegen trägt man auch immer Handschuhe, weil man selber hat auch eben diese Enzyme auch an den Händen. Und dann mörsert man das nämlich zu so einem ganz feinen Pulver hier. Das klebt dann immer so ein bisschen hier am Mörser vorne dran. Und da gibt man dann eine Lösung drauf. Und verrührt das dann nochmal so ein bisschen. Genau, und das ist sozusagen so der erste Schritt, wie man sich sozusagen die RNA aus den Pflanzen eben zieht. Da kommen noch ganz, ganz viele weitere Schritte, aber das dauert auch so einen ganzen Tag schon. Und da schaut man sich dann letztendlich an, wenn man zum Beispiel sich ein bestimmtes Gen angucken will. Dann kann man eben so eine sogenannte Q-PCR machen. Die würden wir euch später auch nochmal zeigen. Und dann kann man gucken, okay, wie viel von diesem Gen ist da. Und dafür braucht man hauptsächlich die RNA eben aus den Pflanzen. Ich meine, RNA ist vielleicht für viele jetzt eben auch durch Corona vielleicht schon ein bisschen ein Begriff. Wir haben ja unsere DNA. Und aus der DNA wird ja dann RNA gemacht. Also das ist wie so eine Zwischenstufe. Und aus der RNA wird dann letztendlich ein Protein hergestellt. Und wir gucken uns das halt eben alles sozusagen auf RNA-Ebene an, weil im Endeffekt so viel wie RNA da ist, haben wir dann eben auch das Protein da, was dann eben seine Funktion erfüllt und genau. Franzi kann nun ihre hergestellte Flüssigkeit nehmen und abzentrifugieren, um letztlich die einzelnen Zellbestandteile zu trennen. Wir gucken uns nicht direkt RNA an, sondern wir schreiben die dann sozusagen wieder um in cDNA. Und auf diese cDNA machen wir dann eben den Test, der halt Q-PCR heißt. Also da haben wir dann auch wieder diese kleinen DNA-Stücke, die dann eben an unsere cDNA binden können. Und dann amplifiziert das das wieder. Also das heißt, wenn das halt dann da ist, dann wird davon halt wieder ganz viel gemacht und das kann dann detektiert werden. Über so eine Q-PCR-Maschine heißt das dann auch. Genau, und dafür brauchen wir eben diese kleinen Platten hier. Da wird dann immer pro einem kleinen Loch wird eine Probe reinpipetiert und die kommt dann eben in die Q-PCR-Maschine rein. Hier seht ihr die gerade genannte Q-PCR-Maschine. Franzi kann nun ihre extrahierten Proben in die Maschine stellen. Oben findet sich eine Heizplatte, die die Proben erwärmt. Nach kurzer Wartezeit erhält man ein Ergebnis. Und wie das aussehen kann, erklärt uns die Selina. Wir haben euch ja die Q-PCR jetzt gezeigt. Und PCR ist im Allgemeinen eine Methode, mit der man einen gewissen Genabschnitt amplifiziert. Und die Q-PCR ist noch so eine Spezialform, in der man auch quantifizieren kann, wie stark ein Gen aktiv ist. Also nicht nur, ob ein Gen vorhanden ist, sondern wie aktiv oder weniger aktiv ein Gen ist. Und das heißt, dass man in die Lösung, in den Ansatz, noch einen Fluoreszenz-Farbstoff dazu gibt, der dann mit jedem Zyklus in der PCR in die doppelsträngige DNA eingebaut wird. Und die Q-PCR-Maschine detektiert die Fluoreszenz. Sobald dann so ein gewisser Schwellenwert überschritten wird, bestimmt die PCR-Maschine den. Das ist dann der sogenannte CT-Wert. Und was man jetzt hier sieht, ist die Zyklusachse. Und desto früher die Kurve hochgeht, desto stärker ist die Genaktivität in dieser Probe. Wohingegen ein späteres Ansteigen dafür spricht, dass in der Probe eine geringere Genaktivität war. Und was ich dann jetzt in meinem Projekt mache, ist, dass ich vergleiche, ob sensitive und tolerante Sorten unterschiedliche Genaktivitäten haben, beziehungsweise auf bestimmte Gene das teste und die dann auch, wenn die Gene vielversprechend aussehen oder für vielversprechendes Profil aufweisen, auch weiterverwende für hoffentlich spätere Züchtungen. So, ihr habt jetzt einiges gesehen und erfahren, wie die Arbeit in einem biochemischen Labor so aussehen kann. Natürlich steckt noch viel mehr dahinter, aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch gute Einblicke geben konnten. Vielleicht habt ihr sogar richtig Lust darauf bekommen, eine der Naturwissenschaften an der FAU zu studieren. Unser persönliches Fazit ist, wir haben echt viel gelernt und wir sind auch super begeistert von den Möglichkeiten, die man hier hat zum forschen.